servus ihr hunde weiter geht's mit blablabla genau orion the blind forest wir waren letztens haben ein bisschen gelootet wir haben ich habe auch komplett die karte noch gelootet war alles was ging auf jeden fall also alles was ich jetzt nicht mehr in der folge packen wollte bis kennen auch gleich haben noch mal drei skill punkte da oben habe ich sollte ich gar nicht hin deswegen bin ich da jetzt einfach mal wieder zurück weil ich soll jetzt eigentlich dahin das ist das ziel dieser folge jetzt und das geht von hier aus wir spielen mal ganz kurz das hier hat ihren scheiß gebracht also dass da fähigkeiten zählen werden auf der karte angezeigt aber das ist schon alles begrüßt hat den radios und vom stampfen ich bin da noch gar nicht hoch egal das machen wir später alles klar let's go richtung wind tal des windes erhöht die ausbeute bei geister licht ausbeute bei geister licht ausbeute ach so das heißt ich krieg mehr oder was ist das da ermöglicht die geister flamme erheblich schneller abfeuern auf das hätte ich irgendwie auch bock dann könnte ich viel schneller die dinge abfeuern das stellen einer seelenverbindung stellt zwei lebenszellen her das brauche ich irgendwie nicht so das ist für looten oder zum looten zum looten und diese stampfen brauche ich irgendwie nicht wir machen das da okay ich hätte da hoch gehen können mit dem vogel oder komm mal her und so habe ich gerade damage da rechts gibt es aber auch noch was Scheiße, okay, ich weiß aber wie ich da hinkomme Ah, oder auch nicht Komm spring Los, komm spring Ah, okay, ne Verpiss dich Könnt ihr euch mal bitte beruhigen, Junge Da muss ich irgendwie auch noch hoch Wo bist du, Brüder, kam ich Brauch dich Komm Sehr gut, komm her Weiß ich, benutze ich ein bisschen als Spassi Ah Ah, komm schon Ah, versuchen wir später Darunter können wir nicht erkennen Jawohl, Alter hier gibt es ja nichts mehr achso ich hätte auch von da hochkommen können wieso mache ich mir das leben halt nicht hätte ich überhaupt ich weiß gar nicht wo ich hingehen muss ich hätte auch hier oben unten nochmal links gehen können nämlich es wird jetzt ein bisschen kompliziert hier ach so ich kann da nicht hin okay es heißt hier runter da la Ah ja. Okay, da komm ich auch nicht hin. Alles klar, dann wissen wir ja wo wir hin. Ich bin normalerweise nicht so lootgeil gewesen, aber dank Jule bin ich lootgeil geworden. Weil sie mir immer eingeredet hat jetzt. Ich loote ein Stück Scheiße. Da wir nach links müssen eigentlich, oh Gott. Kann es sein, dass ich diesen Vogel hier herlaufen muss, dass er dagegen fliegt? Ich weiß es nicht. Kann es sein, dass wir hier gleich was neues lernen? Da komm ich nicht hoch. Oh Gott. Oh Gott. Dieses Speichern ist so ein Problem bei diesem Spiel, Leute. Oh Gott, jetzt ist alles weg, was ich geholt habe. Immer die gleiche Scheiße. Ähm, ich spule nochmal vor, bis gleich. Okay, wir sind wieder hier. Nach oben. Können wir glaube ich nicht, oder? Ne, das ist viel zu weit. Was? Also ich muss nach links auf jeden Fall. Da unten konnte ich nämlich auch nicht nach links. Doch könnte ich ja nicht. Da ist auch eine Energiezähle, aber da unten konnte ich auch nicht durch. Oh Gott. Oh Gott. Oh fuck. Fick that. Oh Gott. Nein, digga. Wie soll. Bra. Dein Ernst, Digga? Wie klappt es das geworden? Aua. 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 Der Ficker hat mich noch gekillt, ich glaub's ja nicht. Nee, das ist glaub' die Haupt-Dings-Story. Shit, ich bin da nicht nach Lisi gegangen. Na gut, Leute, das holen wir noch nach. Das holen wir noch nach. Was denken wir, wenn wir diesen Felsen lösen? Okay. Okay. Den Schitt brauche ich zum Fliegen, oder? Safe, 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 safe. Du hast Kuros' Feder aufgenommen. Um diesen Gegenstand zu benutzen, musst du A und RT drücken. Kuros' Feder, möglichst frei. Irgendwann her. Auf der Luftströmung zugleich. Stabil, Bruder. Ach, shit, ich war eigentlich ganz oben, gell? War safe gar nicht jetzt oben, gell? Also schon. Ja, das Gyasi. Hebe mich! Ja, ist das? Ja, das wird mega gewesen. Ah. Da oben gab es aber noch Zeug. Eine zügerische Falle. Eigentlich will ich da runter, statt da nach links. Wie viel haben wir noch? Wie lange haben wir noch? Ja, wir spielen erst seit 15 Minuten easy. Wir gucken auch mal, was hier geht. Oh Mama, hier soll ich wahrscheinlich nicht. Kartenfragment. Kann ich irgendwo hier eine Karte öffnen? Noch nicht. Ja, hier soll ich auf jeden Fall noch nicht hinlegen. Ich bin nicht stark. Oh Mama, was? Wir speichern mal kurz. Okay. Was ist das da? Lebenszellen werden auf der Karte angezeigt. Oh, Lebenszellen auch. Energiezellen werden angezeigt. Ermöglicht es, Uri durch Wände zu sehen und versteckte Bereiche zu finden. Ah, okay, okay, okay. Ermöglicht es, Uri Feinde mit einem Turbosprint anzugreifen. Wieso kann ich zuerst Luft-Sprint-Skillen, aber Turbosprint lerne ich erst später. Ist schon sinnlos. Aber ich scheiße erst mal drauf. Ich scanne das hier und danach das hier. Und jetzt ist laut hier. Ich frage jetzt, wie ich hier wieder hochkomme. Ich frage jetzt, wie ich hier wieder hochkomme. Chillt euer Leben. Jetzt bin ich wieder hier. Darum gibt es eine Zelle. Nein, komm schon. Komm schon. Bleib schon mich an. Nein. Wir haben es verkackt. Wir haben es verkackt. Wir haben es verkackt. Wir haben es verkackt. ich habe einen Scheiß. Ah, waaaah. Ai, 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 ai. Ah, das war. Ah. Also. Ja, stabil. Ähm. Weil ich komme hier nicht mehr mehr. Ich komme da gar nicht mehr hoch, kann das sein? Was nämlich wieder von hier ist. Dann nach links da. Ich glaube, ich muss jetzt alles wieder hoch. Und dann dahin. Aber den Teil kann ich vorspielen. Bis gleich. Okay, jetzt gehen wir hier auf jeden Fall ganz nach links, oder? Eigentlich will ich schon wissen, was da oben ist. Ja, ich will schon wissen, was da oben ist. Das ist schon... ...missenziell wichtig. Alter, ich fick mein Leben. ... 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 Wir gehen mal kurz dahin, ah, black nicht. Okay. So, jetzt wollen wir nämlich hier hoch. Na, wir kommen da nicht hoch. Ja, okay, ich brauch dieses Fliegen wahrscheinlich deswegen. Also, ich komm da gar nicht hoch. So, das war zwar nicht mein, äh, meine Absicht, aber... Okay. Hier oben gibt's nix. Weiter geht's hier. Oh Gott. Oh Gott, sieht das cool aus hier? Nebel fast. Diese Dinger schießen echt schnell, muss ich schon sagen. Aua, mein Gott. Ach, du wolltest mir nur helfen, hier hochzukommen. Ja, okay. Verzeih dir wieder. Oh Gott. Ich speichere mal, weil ich hab kein Leben mehr wirklich. Alter, seht euch diese Pflanzen an, die sehen so cool aus. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Das Gute ist, dass wir viel schneller schießen. Ach, diese Melodie, alter Leck. Mich ist das nice. Oh, was war das? Neuer Skill, Leute. Ist doch kein neues Skill. Wenn wir die Möglichkeit finden, sie... Was müssen wir machen? ...die zu entzünden. ...die zu entzünden. Uah. Junge, ich werd hier von überall beballert, jetzt... Habt mal ein bisschen Gnade, die. Prick's ja echt nen Raster hier. Ja, ja, ist okay. So. Bet. Wuhuhuhu. Fächer. Davon krieg ich wenigstens Leben wieder. Ach, da ist... Oh, da sind Stacheln. Hab ich nicht gesehen. Unschallah. Blöde. Sorry, Leute. Meine Schuld. Entschuldigung. What the fuck? Gönnt einem doch mal Pause, Leute. Was zum Fick ist hier los? Ich lauf hier auch noch blind. Ich weiß nicht mal, wo ich hinwolle. Ich weiß nicht mal, wo ich hinwolle. Ohne Witz, ich hab keine Ahnung, wo ich hinwolle. Ohne Witz, ich hab keine Ahnung, wo ich hinwolle. Leute, das wird... Leute, das wird... Das wird irgendwie ne Folge, wo wir uns nur klatschen. Oh, da wird's. Ich hab' nicht zu blöd, um das hier zu entzünden. Tadaa. Es geht ab. Irgendwas ist hier grad passiert. Irgendwas ist hier grad passiert. Moment mal. Bin ich von hier gekommen grad? Ah, keine Ahnung. Legt doch kein Mensch mehr durch. Ah, okay. Hey, ich bin doch gar nicht von hier gekommen. Was? Was? Haben wir halt, wenn ich behindert? Oder? Wie soll ich da hochkommen? Ah. Ich bin in einer Raumwelt. Ich bin hier... Ich bin benebelt. Jetzt halt. Ich darf schon die ganze Zeit. Kann doch gar nicht sein. Ich bin nicht von hier gekommen, so. Ähm. Ah, fuck. Ich hab erst hier gespeichert. Ja, leck mich doch. Genau, jetzt verändert sich nämlich ein bisschen die Welt. Ja, genau. Okay. Gibt's da was? Nein. Nein. Scheiße ist die Musik nicht. Ich bin nicht hier. Ich bin zweier. Ich bin jetzt hier... Da müssen wir hin. Was? Ich soll den dahinter haben? So, ich weiß selber nicht mal, wie ich hier rauskommen soll. So, ich weiß selber nicht. Aber leckt mich alle fett, ganz ehrlich. Kleinen Fick fressen. Speichern, Digga. Ich habe noch nie so oft gespeichert im Spiel, glaube ich. Ach, Freunde. Da komme ich nicht hin. Aua. 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 Ich sehe da etwas leuchten. Genau. Das ist hier nichts. Party hart geht hier, Digga. Speichern. Digga. Auf jeden Fall gibt es nirgendwo so viel Loot wie hier. Speichern. Uff. Wir sind angekommen. Okay. Gib mir mein Shit. Was? Wir haben das Klettern erlernt? Wir haben das Klettern... Wollte ich mich... Nehm ich... So, ich kann mich jetzt festhalten. Ich wollte mich doch ficken, Alter. Darf ich mich jetzt wieder zurück? Ja, Leute. Mehr gibt es in der nächsten Folge. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Die Worte sind für uns von Herzen.